So, hallo. Du willst die YouTube-Dislikes wiedersehen? Ich will die YouTube-Dislikes wiedersehen. Wir alle wollen die Dislikes wiedersehen. Ich zeige euch kurz, wie ihr sie wieder angezeigt bekommt. Die YouTube-Dislikes können noch immer angezeigt werden. Dazu braucht ihr nur ein Add-on für Firefox oder Chrome. Ich zeige euch das jetzt mit Firefox, aber das Ganze funktioniert auch mit Chrome. Okay, wir öffnen einfach Firefox. Mein Firefox heißt Waterfox, ist aber das Gleiche. Okay, und wir suchen einfach Return YouTube-Dislikes Firefox. Falls ihr Chrome habt, dann schreibt ihr statt Firefox einfach Chrome hin und öffnet es. Der erste Treffer ist bei mir Add-ons mozilla.org. Dort klicken wir drauf und das ist das korrekte Add-on. Das installieren wir jetzt mit einem Klick auf Add to Firefox. Klicken hier auf Add. Es darf in privaten Fenstern ausgeführt werden. Okay, und das war's jetzt. So, und wenn wir jetzt das Video von vorher nochmal öffnen, dann sehen wir jetzt die Anzahl der Dislikes. Nice! Viel Spaß! Ciao, ciao! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020